Gibt es hier irgendwelche Schalter? Wieso haben wir jetzt die Klinge abgelegt? Das ist doch Blödsinn. Ok, da kommen wir vorher erst nicht durch. Nimm mal anderswo durch. Oh, Spinner! Oh, Spinner! Oh, Spinner! Das Tarnort. Gibt es aber nichts, was das Tür öffnen könnte. Was das Tür öffnen könnte. Können wir wieder was lesen. Diese Bücher mitnehmen. Das spare ich mir aber auch. So, wir haben ein bisschen das Fettmetall mitgehen lassen. Wir haben hier irgendwo noch. Ich werde ihn lieber trinken können. Eine Schaufel. Der Spinner nervt mich damit. Stürfe 11? Äh, wer ist das? Ok. Das haben wir doch schon gemacht. Ach so, weil ich gestorben bin. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Die laufen doch jetzt zurück oder nicht? Die sind immer noch richtig über mich. Ich bin direkt hinter euch. Ich stehe zu eurer Verfügung. Kannst du die Waffe mal an dich nehmen? Oh, ich schütt zwei hinter dem. Hat sie dabei. Das wäre vielleicht nicht ganz schlecht, wenn du... Ich habe doch hier eine Waffe, die einigermaßen gut ist. Die Klinge von Weißlauf ist doch genauso gut. Kannst du mal die Klinge von Weißlauf nehmen? Die Klinge von Weißlauf nehmen? Eine Person. Ich bin seit Ende. Sie sind immer wieder davon. Sie sind immer wieder davon. Glocen von Weißlauf nehmen. Sie scheinen auch noch nicht. Die Klinge von Weißlauf nehmen. Sie stehen vor. Hier müssen wir noch rein. Die sind so schmattern, oder? Ja, hier waren wir schon. Jetzt können wir einen anderen Gang entlang. Ich meine da andere Gänge gesehen zu haben. Nein, die Kamera rein. Ich sehe mich gar nicht. Nee, das geht hier nur runter. Ja. Und welche Hinweise, wie wir dort unten weiter machen. Okay, hier ist der Geekno. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Könnte mich auch irren. Ja, nein, ein Heck zu klein. Ich hab keine Grund mehr gesagt. Ich hab keine Grunde mehr gesagt. Ich hab keine Grunde mehr gesagt. Was? Wer ist das, Bruder? Ein weiterer Glatthäuter, der nach Essen sucht? Aber der hier war nicht zusammen mit uns gefangen. Ihr habt euch eine schlechte Zeit. Lass uns heute reden. Ah nü, der hat die Lange jetzt so nützt. Heilungstank, den nehme ich gerne. Mach die beiden mal. Hörst mir da nichts zu tun. Okay. Okay. Das hat noch Turbinenöl. Du trägst zu viel. Damit irgendwas so schwer ist. Ablegen. Gewicht 2. Das wird nicht so dramatisch sein. Gehen. Klauen. Das wird nicht so dramatisch sein. Ich habe keine Fühle, die wir auch misst. Ich habe keine Fühle, die wir auch misst. Ein Rammort für ein Mouvement Diver der Weihau. Lexikonlöffel, den braucht man, scheint ein Priskingstatt zu sein, Gewichtwerte, okay, Gewichtgleichwert, Das fangen wir eh nicht los. Okay, was passiert hier? Ist doch bestimmt eine Falle. Ach du Scheiße, was bist du denn bitte? Das wäre ein Sphäer. Danke Lydia. Das wäre ein Golzen. Und jetzt brüchst du mal Heldung. Vielleicht hab ich da was mitgenommen. Die roten immer. Kann ich das zuleuten oder? Okay, also Stein. Ich kann wieder nicht ran. Stumme und Zepanzer will ich nicht wegwerfen. Das können wir wegwerfen. Stahlbeinschienen haben wir noch besseres oder nicht. Gemeinden anziehen und Stiefel wegwerfen. Wir laufen auch hier mal mit der Mütze. Wir müssen dringend mal zum Händler. Ohja, was war's? Was war's zu arbeiten? Wo ist der Grund? Wo ist der Grund? Wer da? Wenn etwas tut? jetzt gibt es den save point die lead kämpfer mit dem anderen besen was auch macht ihr Für Interessant aber es geht. Ich brauchst ein bisschen Hilfe. die trägt ein bisschen gold in der zerstörung nicht mit Du sollst nicht darauf reden wie hier du sollst nicht Verdammt. Oh, der ist weg. Scheint ihm nichts zu bringen. Das werden Wurzen. Ach, verdammt. Oh, der ist weg. Ja, das ist weg. Menschenfleisch. Ich denke, das brauchen wir noch, deswegen werden wir das mal nicht weg. Lauter hat auch viel Gewicht. Kellerschlüsse von Hutgut. Oh, ein Gans. Den behalte ich mal. Käserliche Bogen, den wollten wir noch verkaufen. Grundlich problemiert. Schade dumm. Massives Metall. Das gibt es hier überall. Dann können wir das auch wegschmeißen. Bei der nächsten Gelegenheit. Weil es kein fest Gegenstand ist. Oha. Auf einmal fühle ich mich wie ein Resident Evil. wir werden jetzt schon auf der Blick. Aha. Sind wir angekommen Moment, hier kein Bosskampf auf uns wartet Diese Schrotkrabben hier Das ist echt Oha, eine Schäbige Robe Nüdiya Waste my sister Nüdiya Wo bist du wenn man Hilfe braucht Ah, schöner Checkpoint Da müssen wir groß sein Da müssen wir groß sein Gar nichts Danke Nüdiya Das hat er gemacht Na komm Ich bin auch noch klein Ich dachte Nüdiya liegt tot Das wäre schlimm gewesen Okay Ich habe eine Nebenquistie gerade gewonnen Oh Scheiße Das war plötzlich Ich habe da mal was ausgelöst Was? Ein bisschen Siegt jemand immer jetzt Nicht dass der ein Später noch Problematisch werden Regen Dive 0 Uziya Lida Dive Dive Nüdiya Unut Einer Dive Der Brand bringt eigentlich das. Da ist nämlich das. Der hat ja die potenziell in der Haus. Muss ich immer vorsichtig sein? Nicht auf die Platten treten Lydia. Nicht auf die Platten. Lydia. Nein. Lydia. Oh man Lydia. Lydia. Jetzt wurde ich von der Krabbe besiegt. Das ist skandalös. Oh. 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 Oh man. Oh. 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 das kostet immer wieder Lydia ein bisschen Hilfe wird auch mal gut was ist denn dann ein Feuerstab Feuerschmerz Lydia mach keinen Scheiß oh kacke wir können ja die Lydia schwarze Kappe so muss man die Staten aus dem Ort dafür sind wir noch nicht hergekommen du trägst zu viel du kannst nicht alles das Spiel ist so ein gutes Spiel aber manchmal manchmal ist das ein bisschen nervig wo waren das schwere Ding hier was so viel wert ist wie was oh die haben diese Klausel nochmal verkaufen könnte wertvoll sein wir hatten doch hier das Ding hört mal ja nein das 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 gleich nisschen ne so hier hier sieht ist schon phänomenal los oder dann ist sie jetzt gestorben da oben oder was nicht ziemlich schmerzvoll müssen diese tüge aufkriegen ich komme Äh. Ich nehme das mal mit. Wenn es wahrscheinlich nicht das ist, was wir wollen. Ist hier das, was wir wollen? Experte, sagst du? Ja. Ich habe keine niedrige mehr. Das wird das Problem werden. Ich hoffe das war nicht story relevant. Das sieht story relevant aus, was wir dahinter haben. Ist ja ein bisschen blöd. Ich habe die Schrift vorhin der alten in deinem Sitz. Das sind wir. Das scheint aber auch woanders lang zu gehen. Ich habe die Schrift vorhin. Ich habe die Schrift. Ich habe die Schrift. Ich habe die Schrift. Ich habe die Schrift. Das ist eine Schrift. Ja. Ich habe die Schrift. das war es dort, lang zu gehen schien Dietrich, das ist gut Manet von Mara Tretikam, das war die nun Du bist tatsächlich hier lang Was warst du da? Du bist nie da nicht geblieben Fall mal wo? Das Schwert nimmt man nicht mit Du scheinen jetzt aber mit Költe zu gehen Au Ach nö Ich bin hier schon wieder Blöder Checkpoint Ich würde dann mal eben Einfach durchlaufen Ach du kacke Ich bin daneben getreten Was? Das ist ein sehr unfairer Checkpoint Mit dem Scheiß, den wir hier schon erlebt haben Die launchen viel weiter Das ist alles auch nicht abgespeichert Gar kein Bock Gar kein Bock Ich glaub mir dann mal hier vor zu gehen Lüder lass dich nicht aufhalten Lüder lass dich nicht aufhalten Hier ging es nur zu einem Schatz zu bleiben Wie ging es weiter? Wie ging es weiter? So wie ist jetzt hier weiter? Da hoch Oder da runter? Ich glaub da unten waren wir Ach du scheiß Das glaubt man noch nicht Das war's nicht Ich bin hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020